Seit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 standen wir nie so sehr vor der Wiedereinführung wie im Moment. Verteidigungsminister Boris Pistorius will Ende Mai konkrete Pläne dafür unterbreiten, wie junge Menschen jetzt wieder zur Bundeswehr gehen sollen, müssen. Ja, ganz genau steht das noch nicht fest. Könnt ihr also gezwungen werden? Könnt ihr, wenn ihr gerade Abitur macht oder vielleicht schon im Studium seid, jetzt noch nachträglich gezogen werden? Und was ist mit den Frauen? Wäre es nicht fair, wenn die auch zur Bundeswehr müssten? Auch das wird heiß diskutiert, denn es wird überlegt, ob wir ein Modell nach schwedischem Vorbild einführen. Das schauen wir uns alles ganz genau an. Wir schauen uns auch an, ob ihr dann eventuell auch in den Krieg müsstet. Im Hintergrund für die ganzen Diskussionen sind natürlich die Bedrohungslage in der Ukraine und die Unkalkulierbarkeit von Putins Vorgehen. Also hört es euch an, was Pistorius vorhat und ob ihr möglicherweise von der Wiedereinführung der Wehrpflicht betroffen seid. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und ich bedanke mich für eine Million Abonnenten auf diesem Kanal. An alle, die dieses Knöpfchen gedrückt haben, herzlichen Dank. Ich selbst habe 15 Monate Zivildienst gemacht vor rund 30 Jahren. Ja, ich muss sagen, so alt bin ich dann doch schon. Mit 20 habe ich den Zivildienst gemacht, habe verweigert die Bundeswehr. Die hätte damals nur zwölf Monate betragen. Danach wurde das ja immer weiter verkürzt. Nachher gab es nur noch sechs Monate Bundeswehr. Im Hochzeiten des Kalten Krieges waren es mal 18 Monate Bundeswehr. Also da war irgendwie alles dabei. Bis Theodor zu Gutenberg, unser Verteidigungsminister, 2011 gesagt hat, nix da, das ist zu teuer und eigentlich auch zu ungerecht. Wir schaffen die Wehrpflicht komplett ab. Das fand unser aktueller Verteidigungsminister Boris Pistorius schon immer unfair und sagt, das war ein Fehler, wir führen die wieder ein. Und mehrere Medien berichten jetzt ganz aktuell in den letzten Tagen darüber, werben für eine neue Wehrpflicht. Überall sieht man, dass Pistorius da Vorschläge unterbreiten will bis Ende Mai, Anfang Juni. Hintergrund ist eben, dass der Ukraine-Krieg Deutschlands zu denken gegeben hat. Und Pistorius sagt, wir brauchen eine Bundeswehr, die überhaupt verteidigungsbereit ist. Dass sie weiter schrumpft, ist kein Geheimnis. Wir haben, glaube ich, ein Heer von 180.000 Leuten. Wir wollen auf 203.000 Leute. Und wo sollen die herkommen? Das fragt sich Pistorius. Wir haben nicht mehr genügend Freiwillige. Interessant ist, dass die Wehrpflicht zwar ausgesetzt, aber nicht abgeschafft worden ist. Sie steht immer noch in Artikel 12 unseres Grundgesetzes drin. Artikel 12. Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Und Absatz 2 sagt dann, dass man den Kriegsdienst auch aus Gewissensgründen verweigern kann. Jetzt allerdings ist es so, dass die Wehrpflicht ausgesetzt ist, aktuell im Wehrpflichtgesetz steht drin, dass das Wehrpflichtgesetz, nämlich die Paragraphen 3 bis 53, nur im Spannungs- und Verteidigungsfall geltend. Also ihr seht hier das Inhaltsverzeichnis des Gesetzes, Wehrpflichtgesetz, heißt dann, wer muss Grundwehrdienst üben, Wehrübungen und so weiter. Aber durch Absatz 2 wird das alles ausgehebelt, weil man nämlich sagt, das gilt nur, also aktuell jedenfalls, das will Pistorius ändern, gilt das nur im Spannungs- und Verteidigungsfall. Und das gucken wir uns mal ganz genau an. Haben wir mittlerweile vielleicht den Spannungs- und Verteidigungsfall, weil es so ernst ist, rund um die Ukraine-Lage oder nicht? Werden wir einen Blick drauf und dann auf die Regeln von Pistorius und gucken, ob ihr eventuell gezogen werden könntet. Aber vielleicht noch eins vorab für euch, checkt mal ganz kurz aus, ob ihr vom Twitter-Datenleck betroffen seid. Wir kooperieren hier mit unserem Partner RightNow. Ihr müsst nur über den QR-Code gehen oder eben über den Link in der Caption. Kommt dann auf diese Seite, checkt aus, ob ihr betroffen seid. Und dann, wenn ihr betroffen seid, gibt es nochmal einen zweiten Check auf der RightNow-Seite. Und RightNow macht euch dann direkt ein Angebot. Die kaufen euch eure Ansprüche ab. Also ihr müsst nichts durchfechten, nichts durchkämpfen. Ihr kriegt direkt Instant Money von RightNow. Also braucht ihr auch keinen Rechtsschluss für. Das ist ein bisschen anders als bei unserem Facebook-Datenleck-Fall. Dafür gibt es natürlich auch viel weniger Geld bei Twitter. Und auch anders als bei dieser hier wird der Anspruch euch direkt abgekauft. Direkt mal auschecken. Ja, also Wehrpflicht gilt aktuell im Spannungs- und Verteidigungsfall. Also fragt man sich doch, was ist denn der Spannungs- und Verteidigungsfall? Der ist in 111a Grundgesetz festgelegt. Die Feststellung, dass das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar bevorsteht, das ist der Verteidigungsfall, trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Also, das ist zum Glück ja nicht der Fall. Wir werden nicht angegriffen und steht auch nicht unmittelbar davor. Und man braucht eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Bundestages und des Bundesrates. Also, wir haben schon mal keinen Verteidigungsfall. Das ist schon mal ganz gut. Aber man kann sich ja fragen, die Wehrpflicht gilt ja auch im Spannungsfall. Und was ist der Spannungsfall? Der ist eine Vorstufe. Eine erhöhte außenpolitische Konfliktsituation, die mit gesteigerter Wahrscheinlichkeit zu einem bewaffneten Angriff auf das Bundesgebiet führt. Da müssen wir uns überlegen, haben wir einen Spannungsfall? Ja, klar, wir haben an die Ukraine Waffen geliefert. Wir wollen die Ukraine unterstützen. Russlands Präsident hat immer wieder Warnungen Richtung Westen ausgesendet. Er hat am 9. Mai, am Tag des Sieges, nochmal gesagt, dass seine Atomstreitkräfte immer in Bereitschaft wären. Aber das reicht noch nicht aus, dass wir auch schon einen Spannungsfall hätten. Er hat keine konkreten Warnungen gezielt gegen Deutschland gerichtet und ausgesprochen, die irgendwie ernst zu nehmen wären oder die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs jetzt hier noch größer machen würden. Also, Spannungsfall nicht. Nach diesem aktuellen Wehrpflichtgesetz könnt ihr also nicht zur Wehrpflicht herangezogen werden. Also muss Pistorius ran. Er muss was ändern. Er kann aber nicht einfach zum alten Modell, was da sah, alle volljährigen Männer einfach einziehen. So war das bei mir noch. Ein paar wurden ausgemistert, aber im Wesentlichen wurden alle gezogen. Wir hatten natürlich auch ein viel Größeres her. Da waren, ich glaube, 400.000 oder sowas, warten wir mal als Streitkraft in den größten Szenarien. Und jetzt gibt es drei Vorschläge, die hier unterbreitet worden sind. Also, da wollen wir mal einen Blick drauf werfen. Das ist in den letzten Tagen nochmal durch verschiedenste Medien gegangen. Der geheime Wehrpflichtplan der Ampel. Tatsächlich ist es so, dass wir hier ein Papier haben, was aus dem Verteidigungsministerium stammt, was diese drei Vorschläge hat. Erster Vorschlag des Papieres, was tatsächlich noch nicht veröffentlicht worden ist, ist Optimierung des Status Quo. Da sollen alle Bürger ab 18 Informationsmaterial zugesendet bekommen. Wir haben also immer 750.000 junge Menschen und die sollen angeschrieben werden, sowohl Mädels als auch Jungs. Ich habe witzigerweise jetzt gestern Post bekommen, so eine Postkarte von der Bundeswehr mit so einem Abzeichen, Solmecke schon drauf, also sehr personalisiert. Vielleicht ist das schon ein bisschen zu Vorschlag 1, dass man sagt, hey, kommt doch alle freiwillig, dann haben wir genügend Bewerber. Da sagen aber die Experten schon, das klappt sowieso nicht. Wir haben jetzt schon das Problem, dass keiner mehr zum Bund will, also werden wir auch da nicht mehr durchbekommen. Dann zweites Szenario. Da sagt das Verteidigungsministerium, wir machen es so, alle Männer eines Jahrgangs, die das 18. Lebensjahr erreichen, kriegen erstmal einen Online-Fragebogen. Soweit schon mal so gut. Und den sollen die ausfüllen und sagen, was zu Fitness und Motivation. So, und wenn die dann, das müssten dann etwa, wenn wir 750.000 pro Jahrgang haben, ungefähr die Hälfte sein, 375.000 junge Männer. Und aus diesen 375.000 jungen Männern wertet dann eine KI oder wie auch immer ein Algorithmus aus, wer ist geeignet. Da ist auch drin, hey, ich habe Bock, freiwillig zum Bund zu gehen. Die Theorie ist ja schon gar nicht so schlecht. Wahrscheinlich, wenn man sich mit den ganzen Fragebögen beschäftigt, hat man dann auch wieder mehr Leute, die einfach freiwillig zum Bund gehen. Man hofft dann, dass man dann bei einer Musterung 30.000 bis 40.000 Rekruten gewinnen kann. Das heißt, es sollen nicht alle gemustert werden, sondern es wird erstmal nur breit angeschrieben. Und wer dann passt, der soll aber schon zur Musterung verpflichtend kommen. Man erhofft sich allerdings, dass man dann viele Freiwillige auch bekommt. Also man will da möglichst wenig Pflicht draufsetzen. Aber wenn man nicht genug kriegt, will man aus denen, die da gemustert worden sind, schon was Verpflichtendes machen. Das ist nicht ganz unheikel, weil die Wehrpflicht kann man jetzt nicht nur für einen ganz, ganz kleinen Teil machen, der besonders fitten. Das wäre unfair, wenn man sagt, wir nehmen nur die Stärksten und Fittesten und alle anderen lassen wir. Dann hat man keine Wehrgerechtigkeit mehr. Da komme ich gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Und das dritte Modell, das orientiert sich an den Schweden. Die haben das nämlich genauso, nur im viel kleineren Maßstab, also etwa ein Zehntel so groß, weil die natürlich auch ein kleineres Land sind. Online-Fragebogen, den kriegen aber nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Auch da sollen alle sich das wieder anschauen. Dann 750.000, also eine ganze Menge. Man kann die Fittesten der Fittesten nehmen, sowohl Männlein als auch Weiblein. Und hätte dann noch diejenigen, die zum Zivildienst müssten. Also da müsste man auch noch über eine allgemeine Dienstpflicht diskutieren. Ist auch nicht ganz unheikel. Und es müsste vor allen Dingen Artikel 12a des Grundgesetzes geändert werden. Denn, ihr seht ja, Absatz 1 heißt, Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst an den Streitkräften verpflichtet werden. Und nicht Frauen. Das heißt, da müssten wir das Grundgesetz ändern. Änderungen des Grundgesetzes sind nur nach Artikel 79 Grundgesetz, Absatz 2. Hier, ein solches Gesetz muss mit zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates passieren. Das heißt, diese dritte Variante, die nach dem schwedischen Modell Pistorius und seinen Leuten vorschwebt, die ist nicht ganz easy, weil wenn wir Frauen auch noch ziehen wollen, verpflichtend, ja, dann muss wirklich das Grundgesetz geändert werden. Die Schweden haben seit 2017 genau dieses Modell. Da ist es allerdings so, sie mussten bislang noch nie von der Pflicht Gebrauch machen, Leute zu ziehen, sondern weil sie dieses Modell haben, melden sie sich dann wieder genügend freiwillig. Auch wieder ganz interessant. Wahrscheinlich hoffen wir dann hier auch auf das Gleiche. Hat man so einen Bogen erstmal ausgefüllt, kann sagen, ja, ich hätte Interesse, kriegt man näher die Leute, also man ist näher an der Akquise der jungen Menschen dran. Könnte sein, dass es dahin dann geht. Problem ist allerdings, dass die Wahlgerechtigkeit, und dieses Problem sehe ich bei, die Wehrgerechtigkeit, das Problem sehe ich sowohl bei der zweiten als auch bei der dritten Variante. Was heißt das mit der Wehrgerichtigkeit? Also es gibt den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, den kennt ihr Artikel 3 des Grundgesetzes. Und da steht drin, dass alle gleich zu behandeln sind. Das heißt, die Last der Verteidigung soll auch gleichmäßig auf alle verteilt werden. Das heißt, im Falle einer Wehrpflicht sollten alle Männer, das wäre jetzt in der zweiten Variante, im wehrpflichtigen Alter verpflichtet sein, den Dienst zu leisten. Das geht natürlich nicht. Wir können jetzt nicht wieder ein Heer aufbauen mit 375.000 Männern oder sogar 750.000 Leuten. Aus Kapazitätsgründen reicht es nicht. Wir haben gar nicht diese Ausbildungsmöglichkeiten. Die Leute könnten ja gar nicht arbeiten. Deutschland würde lahmgelegt. Keiner wird mehr eine Ausbildung in anderen Berufen machen. Alle wären nur noch beim Bund. Also das funktioniert nicht. Aus Kapazitätsgründen nicht. Das heißt, man muss jetzt ein bisschen auswählen. Es muss ein Auswahlverfahren eingerichtet werden, was aber der Wehrgerechtigkeit, damit es nicht unfair wird, entspricht. Da hat man dann früher, weil es gab es ja früher auch schon mal dieses Auswahlverfahren, gesagt, okay, wir machen erstmal alle weg, die ausgemustert sind, die gesundheitlich nicht können. Das sieht man ja alles noch ein, klar. Dann keine Verheirateten, keine Berufstätigen, keine Auszubildenden, keine Studierenden, alle T3-Gemusterten und damit wurde die Zahl der Verpflichteten immer kleiner. Und zwar so klein, dass wir so viele Ausnahmen hatten, dass wir schon fast an der Willkür waren. Das war im Jahre 2011 und da hat Theodor zu Guttenberg gesagt, der damalige Verteidigungsminister, wir können es hier nicht mehr finanzieren und es ist irgendwie ziemlich willkürlich, wem wir hier noch ziehen. Und die Modelle, die gerade auf dem Tisch liegen, sind meiner Meinung nach auch noch ziemlich willkürlich. Und das wird schwierig werden für Herrn Pistorius, die durchzusetzen, denn die Wehrgerechtigkeit ist nach den Modellen, wie sie bislang geleakt worden sind, nicht gegeben. Zum Beispiel, was ist mit einem volljährigen anstehenden Abiturienten? Ja, gut möglich, dass der jetzt künftig eingezogen werden könnte. Aber es könnten auch Ausnahmen getroffen werden, wenn der jetzt schon ins Studium eingestiegen ist und wenn man dann noch Frauen und Männer hat, dann wird noch krasser ausgewählt, weil dann hat man ja die doppelte Menge. Also das wird schwierig werden. Man könnte dann überlegen, ja, wir nehmen eine Quote. Und ich glaube, in Dänemark wird dann per Losverfahren das Ganze gemacht. Ob aber ein Losverfahren der Wehrgerechtigkeit entspricht, muss man auch drüber nachdenken. Das heißt, hier muss ein willkürfreies Einberufungsverfahren entwickelt werden für die übrig gebliebenen Wehrpflichtigen, die man überhaupt nur braucht, das nicht ganz simpel wird. Da ist auch öffentlich zu noch nichts weiter diskutiert worden. Wir warten hier sehr auf Ende Mai, wenn Pistorius das Ganze präsentiert. Das könnte für euch sehr, sehr spannend sein. Also gibt es da eine Menge Probleme zu lösen. Ja, und jetzt fragt ihr euch, okay, sagen wir mal, das kommt alles. Kann ich denn dann jetzt eingezogen werden? Gilt dann die Wehrpflicht tatsächlich für mich? Gut, gucken wir mal rein. In § 3 des Wehrpflichtgesetzes sagt zunächst einmal, dass die Wehrpflicht endet mit Vollendung des 45. Lebensjahres im Spannungs- und Verteidigungsfall mit 60 Jahren. Also würde man jetzt erstmal daraus schließen, ja, hier, dann kann ich ja gar nicht mehr den Grundwehrdienst, dann kann ich ja jederzeit noch zum Grundwehrdienst gerufen werden. So schlimm ist es zum Glück nicht. Wir haben aktuell den Paragrafen 5 und der sagt, Grundwehrdienst, um den es jetzt hier erstmal geht, leisten Wehrpflichtige, die zu dem für den Diensteintritt festgelegten Zeitpunkt das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das heißt, wenn ihr 23 wehrt, seid ihr im Prinzip raus, dann würden eure Daten gar nicht weiter übermittelt werden. Es gibt noch ein paar Ausnahmen, die sind dann unten weiter geregelt, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, 32. Lebensjahr, aber im Wesentlichen wäre so 23 die Grenze. Das ist jedenfalls, das muss man so sagen, die aktuelle Grenze. In dem Moment, wo ihr 23 werdet, also das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet habt, solange ihr noch nur 22, solange ihr 22 Jahre alt seid, könntet ihr dann noch entsprechend gezogen werden zum Grundwehrdienst, wenn ihr schon 23 seid, eben nicht mehr. Dass die aktuelle Regelung, wobei da ist ja, habe ich euch vorhin erklärt, ist so, dass die nur im Spannungs- und Verteidigungsfall gilt. Also Pistorius müsste auch noch sagen, ja, wir nehmen die aktuelle Regelung, alle bis 23 und das dann nur im Spannungs- und Verteidigungsfall. Das heißt, dann wären es nicht nur die 18-Jährigen, die jetzt aus dem Abi kommen, sondern auch noch eine ganze Ecke mehr obendrauf. Aber Pistorius kann auch was komplett anderes regeln. Jetzt ist es so, dass diese Wiedereinführung der Wehrpflicht bei den jungen Menschen, die das Ganze absolvieren müssen, äußerst unbeliebt ist. Roundabout 60 Prozent sind dagegen. Nicht so cool, weil ja bald auch wieder Wahlen anstehen. Pistorius ist allerdings einer der beliebtesten Politiker im Moment. Bei den älteren Menschen über 60 sind 60 Prozent für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Kein Wunder. Die müssen es ja auch nicht mehr machen oder haben es im Zweifel gemacht und sagen, ja, wir haben es ja auch gemacht, sollen es die jungen Menschen auch machen, um unser Land dann entsprechend verteidigen zu können. Dann die Frage, wenn das alles soweit kommt, Putin völlig durchdreht, muss man dann denn in den Krieg, ja, der militärische Begriff dafür ist Teilmobilmachung oder Generalmobilmachung, ja, und nach der jetzigen Situation ist es so, dass man alle erwachsenen deutschen Männer bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres ziehen kann. Ja, also in dem schlimmsten Fall aller Fälle kann man auch noch einen 59-Jährigen dann ziehen. Das wäre also allerdings nur wirklich in einem extrem unwahrscheinlichen Fall, den ich euch hier auch nur schildere, weil ihr danach gefragt habt. Ich hoffe, dass der hier nie wieder kommen wird. Aber klar, wir haben auch für so etwas eben entsprechend Gesetze, die sogenannte Teilmobilmachung. Man kann bei gesundheitlichen Problemen oder Behinderungen verpflichtend dann im Sanitäts- und Heilwesen noch entsprechend gezogen werden. Auch das ist geregelt. Steht in 12a Absatz 3 des Grundgesetzes drin. Also auch da gibt es Regelungen für. Allerdings muss man auch sagen, Artikel 4 unseres Grundgesetzes würde euch dann auch wieder die Möglichkeit geben, dass ihr euch aus Gewissensgründen gegen den Kriegsdienst entscheidet. Das ist Artikel 4 Absatz 3. Das geht sogar bei Berufssoldaten. Selbst die können, selbst wenn sie Berufssoldaten sind, noch sagen, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, jetzt doch in den Krieg zu gehen, auch wenn ich eine Ausbildung da habe. Das heißt, das ist ein sehr hohes Grundrecht. Hier Artikel 4 Absatz 3. Man kann den Kriegsdienst verweigern, muss aber persönliche und nicht politische Gründe bringen. Also man muss dann sehr persönliche Gründe bringen, warum man den Kriegsdienst verweigern möchte. Vielleicht noch eine Nummer. Das kam hier immer wieder in den Videos, dass ihr gesagt habt, ey, wie unfair ist das denn Männer und Frauen? Warum nur Männer? Zum Wehrdienst haben sich verschiedene Gerichte schon mit auseinandergesetzt, dass dieser Artikel 12a Grundgesetz gleichberechtigt ist mit Artikel 3 unserem Gleichheitsgrundsatz und dann sozusagen eine Schranke ist. Das sind zwar alle gleichberechtigt, aber 12a ist eine Ausnahme von Artikel 3, dass alle gleichberechtigt sind. Man kann Männer aus gewissen Gründen dann doch alleine ziehen, während Frauen eben nicht zur Bundeswehr müssen. Also da vielleicht nur, da haben verschiedenste Gerichte schon entschieden, dass dieser Artikel im Grundgesetz auch so funktioniert. Also ihr seht, nicht so einfach mit der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Das Modell hat größere Hürden, die noch überwunden werden müssen. Ich werde das hier juristisch auf alle Fälle weiter begutachten. Würde mich freuen, wenn ihr mit an Bord bleibt. Das geht ganz einfach über ein Abo für diesen Kanal. Denn wir schauen, was Pistorius Ende Mai vorstellt. Anfang Juni kann es sein und werden uns das dann juristisch hier näher anschauen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bis dahin hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.